Club TV wird Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz. Dann sagen wir herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel des Chemnitzer FC gegen den FC Hansa Rostock. Zum einen begrüße ich natürlich euch in den virtuellen Pressekonferenzraum, aber auch unseren Cheftrainer Patrick Klöckner und den Gästetrainer Jens Hertel, den ich auch direkt um sein Fazit zum Spiel bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an den CFC. Wir wären auch sehr, sehr gern positiv rausgegangen aus dieser Saison. Ich glaube, die Möglichkeiten waren da. Wir haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit die deutlich klaren Möglichkeiten, haben die leider nicht genutzt. Die zweite Halbzeit dann, okay, durch den Elfmeter hinten gelegen, relativ schnell den Ausgleich gemacht, waren dann eigentlich drauf und dran, das zweite Tor zu machen. Wir haben zwei Riesenchancen, einmal von Nico Neidert, das andere Mal von Mirniz Pepic, die wir dann nicht nutzen. Und dann, ja, Standards gehören zum Spiel und dann waren dann halt nochmal zwei Standards. Auf einmal steht es dann 1-3. Dann, ich glaube, da hatte Chemnitz nochmal die Hoffnung, dass dann halt auch mehr geht, machen das vierte, weil wir dann halt ein Stückchen Vogelwild waren in einer Phase. Da war ich extrem sauer auf die Mannschaft. Aber wir haben uns dann, wenn es dann gefangen hat mit dem 2-4, waren wir dann ein bisschen zurück im Spiel. Und dann waren jetzt keine ganz großen Möglichkeiten mehr da. Also das wäre schon auch schlimm gewesen. Für Chemnitz natürlich gut, aber für uns, wenn wir uns jetzt dann hinten raus hätten noch abschlachten lassen, das wäre Katastrophe gewesen. Von der Seite müssen wir es jetzt so nehmen, wie es ist. Wir sind enttäuscht, aber wir können halt froh sein, dass die anderen halt aus unserer Situation die Spiele gewonnen haben und wir nicht jetzt wegen eigener Blödheit diese Relegationsspiele verpasst hätten. CFC wünsche ich für die neue Saison alles Gute. Das ist bitter. Das will niemand erleben. Macht mir jetzt auch keinen Spaß, hier zu sitzen und alle so traurig zu sehen. Aber das ist halt Fußball. Herr Ertel, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Patrick, bitterer Nachmittag. Es ist ein sensationelles, gutes Spiel gemacht. Auch vom Ergebnis her super. Aber am Ende ist es trotzdem ein Scheißtag. Wie hast du es gesehen heute? Wie geht es dir? Es ist auf jeden Fall einer der traurigsten Tage, die ich im Fußball bisher erlebt habe. Ich will auch gar nicht so viel zum Spiel sagen. Ich will nur nach draußen mitteilen, dass wir wirklich alles getan haben, was in unserer Macht steht, um den CFC in der Klasse zu halten. Wir haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet, haben alles investiert nach bestem Wissen und Gewissen. Der Verein hat Großes geleistet. Die Fans haben Großes geleistet. Die Mannschaft immer wieder eine super Mentalität an den Tag gelegt. Und ich will einfach nur, dass die Leute draußen wissen, dass wir wirklich alle zusammen alles gegeben haben, was in uns gesteckt hat. Und mehr war dann einfach nicht drin. Du steigst ab wegen zwei Toren, was extrem bitter ist. Du hast eine Pandemiephase, die so keiner erwartet hat, wo du einfach keine Abläufe mehr richtig trainieren kannst, wo es schwer ist, die Jungs immer wieder auf 100 Prozent zu bekommen. Dann fallen hier Spiele aus, wie ein Hosi mit Quarantäne, wie ein Daniel Bohl, der verletzt ist, die für uns wichtig sind. Da kam einfach alles zusammen und es war dann irgendwie, es war nicht mehr richtig zu steuern, sodass es von den Ergebnissen passt. Die Spielweise und die Art, wie meine Jungs abgerufen haben, war, glaube ich, immer vorbildlich. Klar, hat jetzt vielleicht den Zwickau mal zwei, drei Prozente gefehlt an Wille oder an Leidenschaft. Aber man hat heute wieder gesehen, was die Jungs können. Ich bin unwahrscheinlich stolz auf die Truppe, dass wir uns zumindest mit erhobenen Hauptes verabschieden können, dass wir nochmal die Fans viermal jubeln lassen durften. Und ich hoffe, es weitergeht. Patrick, vielen Dank. Dann gehen wir direkt jetzt zu euren Fragen über. Gibt es Fragen zum Spiel heute gegen den FC Hansa Rostock? Dann bitte entweder ein Handzeichen und die Kollegen, die den Bildschirm aushaben, dann einfach das Mikrofon anstellen und loslegen. Sofern es dann Fragen gibt. Sieht nicht so aus. Dann wollen wir es auch gar nicht in die Länge ziehen an so einem Tag wie heute unseren Gästen aus Rostock. Einen guten Heimflug. Und uns alles Gute. Bleiben Sie uns treu. Wir werden zusehen, dass wir wieder zurückkommen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Club TV wurde Ihnen präsentiert von Penta Hotel. Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz.